Okay. Das bringt schon wieder. Trägt sich erst schon nach. Nicht mal richtig geworden. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann wüsste ich nicht warum. Ich weiß warum. Den Game, den wir eben schon gesehen haben. Ja, daneben schon. Jetzt gleich auf der linken Seite, wo das Gras liegt. Stimmt. Da muss ich schon mal kehren. TDS6 TDS6 Ist auch wieder gelbes Blicklicht. TDS6 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 TDS7 TDS6 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 Ich hab die Führer dort zu filmen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist der Tommy Welcher? Der Weiße Ja, welcher Tommy? Vielleicht noch so ein Facebook-Fronten und 4i Die nächste Runde wahrscheinlich auch nichts mehr Einer wurde noch nicht eingeladen, er war jetzt ganz frisch Wir haben mal eben schon... Das war der Martin Stollenberg, das ist hier Ringfotograf Er hat eben auch schon mal versucht zu... Genau, dem hatte ich eben schon versucht zu winken Und da hat er mich aber zu spät erkannt, glaube ich Und die Jungs hier mit ihren Lieferwagen-Fahren Die waren schnell Das war natürlich das Mell, oder? Das war die Miriam Ja, die haben wir kurz erweist, aber sah da nett aus Von der Seite in der Geschwindigkeit Oh, das war ja Doppelt Oh, okay Evet Oder Hast du gesehen? Auf der Kuppe gebremst, ne? Jetzt kannst du wieder filmen über diese Ecke, aber das ist jetzt wenig spektakulär, ne? Oder gerade. Jetzt sind wir jetzt ein Wumper. Und jetzt害 ich mich voll auf, bitte. Ich würde auch gar nicht sch gucken, was ich dachte, ich würde auch gar nicht schütze, Da ist jetzt schon ein Wumper. Die nächste Runde auf Zeit auf keinen Fall, ne? Nee, auf Zeit kannst du überhaupt nicht von mir fahren. Aber ich würde jetzt schon noch so eine Runde fahren, weil das ist ja spektakulär.